Hallihallo meine lieben Zuschauen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2 Retribution, wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video Joa, moin Leute ne und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2 Joa, beim letzten Mal haben wir ja in das Spiel so ein bisschen reingeschaut, haben das Tutorial so gesehen überlebt und heute wollen wir uns unsere Hände wieder schmutzig machen, all das Blut, meine Hopfer, klebt da meinen Händen Äh, joa, wir haben letztes Mal mit dem Priester geredet, da muss ich mich entschuldigen, dass die Leuchtfachgenannten waren am Anfang davon die sind ein bisschen Arschlaut Am liebsten würde ich mir eigentlich gerne eine mitnehmen Ja, jetzt hat sich sie eh erledigt Ey, durch die Tür soll ich gehen, da soll mein ganzes Zeug drin sein Hi Mein Katana Oh Meine Schrotflinte Ich muss jetzt erstmal mein ganzes Zeug wieder einsammeln So, hat mir einen Moment gedauert, aber ich hab meinen ganzen Scheiß wieder eingesammelt Das war alles noch da So, guck mal ein Katana Bin ich von da oben runtergekracht, oder? Ey, da vorne kommt was Das will ich behalten So, bevorzugt will man in diesem Spiel auf Nahkampfwaffen gehen Das Bild kommt mir bekannt vor Noch was, was ich behalten will Vermisst einer von euch einen Schuh? Vielleicht liegt hier ja noch was Schönes Hallo? Ich wollte gerade sagen, ich hab dich doch eigentlich anständig getroffen Tom Clanky Legal Mörder Kann ich leider nicht mitnehmen Komm, bevor ich meine gute Waffe hier die ganze Zeit aufbrauche Wir müssen ein Boot finden Auf der Karte kriegt man immer angezeigt, wo ein Boot ist Im Übrigen, falls ihr euch fragt, was es mit der Uhr auf sich hat Das erfahrt ihr gleich noch So, da ist unsere Reisemöglichkeit Das kann also wieder weg Man macht das so Man geht in das Boot rein Setzt sich hin Und dann drückt man hier auf eine dieser Teile Und dann reißt man So, wir wollen zur Ruhestätte Ihr fragt euch jetzt bestimmt Warum wollt wir zu einem Friedhof? Ganz einfach Das war unser Lagergebiet Auch im ersten Spiel So gesehen unsere Safe Zone Hier kann eigentlich nichts rumfläuchen Heimkehr So, und hier sind unsere gesamten Baupläne Ich weiß, ist jetzt ein bisschen Doof teilweise Also der Vorteil ist, wir müssen halt die ganzen Baupläne nicht finden Obwohl es natürlich interessant wäre, in diesem Spiel die Baupläne zu suchen War das teilweise wirklich der größte Rotz, die zu finden Weil die teilweise so extremst versteckt waren Beispielsweise hier für Munition den Scheiß zu finden Ich habe sogar noch meine Materialien vom vorherigen Spiel So fühlt es sich wenigstens so an, als würde ich genau da weitermachen, wo ich auch aufgehört habe Mit dem ersten Deswegen habe ich das übertragen Wenn man ein Feuerzeug hat, dann kann man wirklich die Zigaretten übrigens quallen So Das ist mein Lager Da kann ich sehen, was ich alles habe Da ist mein Waffenschrank Da war vorher nicht immer offen Den Müll, den ich jetzt mitgebracht habe Sagen wir mal Dieses verrottete Zeug hier Das kann ich einfach da reinschmeißen Und dann kriege ich Materialien Und in diesem Spiel ist es immer so Es ist besser Selbstgemachtes zu nutzen Als das, was man findet Erstmal eine Qualm So Für den Flayer Das kommt da hin Und das kommt da hin Seit wann ist hier hinten offen Beim ersten Teil war das nicht so Oh Es gibt auch neue Baupläne auf jeden Fall Die Ecke hier kommt mir komplett unbekannt vor Okay Also wir haben ein paar Baupläne zu finden Okay Okay Was man hier alles so schönes finden kann Okay Es kam ja Phosphor dazu Das gab es im vorherigen Spiel gar nicht Also ich habe jetzt mehr Bereiche als im ersten Spiel Diese Signalfackel kann ich mir zum Beispiel auch herstellen Die gab es auch im ersten Teil nicht Okay Okay Das Spiel Vertraut auch darauf Ein bisschen mehr darauf zu gehen Dass ich mich mit Menschen kloppe Wie es scheint Dann schaue ich mal in die Katakompen Boah Da haben die ja nochmal ein bisschen was sich ausgedacht Das ist ja mega viel Zeug Ein paar kaputte Waffen Okay Okay Diese Sachen Äh Die beiden hier Die kann ich nicht einfach so Bei mir hinten reinlegen Ich würde sagen Das hier nute ich einfach offscreen Aber ich gucke zumindest mal drüber Was hier so alles rumfliegt Ich soll auch Holz so mitnehmen Gibt auch wahrscheinlich sehr sehr gut Material Unglaublich Wir sammeln uns hier Alben zusammen Alter was habe ich denn hier für eine Luxusbude zusammengebastelt Hey kann ich spielen Schade ich kann es nicht spielen Ja das stimmt Kann ich wenigstens damit spielen Warum kann ich nicht mit den Instrumenten spielen Ich brauche meinen Flachmann Ach jetzt habe ich mein Bett hier unten Dann hole ich gleich mein Kissen hier runter Eine Limuflasche Und was ist das für ein okkulter Raum Oh Herstellung und schwere Panzerung Habe ich gerade gelernt Na gut dann nehme ich das Zeug schon mit Wenn ich eh mein Kissen holen gehe Ah da ist der Blau Klampe schwere Panzerung Ich kriege generell weniger Schaden Durch großkalibrige Waffen Also das habe ich generell an So mein Kissen ist jetzt bereit Ein Flachmann aus Zeit mir ein zu saufen Tag 1 Frühjahrmorgen Okay mein Tagebuch hat sich aktualisiert Bei Heimkehr Okay Ich sollte Soll sogar was herstellen Kann ich ja noch ein bisschen was von dem Müll hier unten mitnehmen Bevor ich wieder nach oben gehe So ich habe jetzt alles da reingetan Von da unten Und auch die Bilder Schön da aufgereiht Mal gucken Was stellen wir uns denn her Ich muss ja eine Sache auf jeden Fall herstellen Habe ich Phosphor Dann kann ich ja mal so eine Signalfackel herstellen Hallo Aber ich habe es angeheftet Nicht Hergestellt Das ist meine nächste Mission Okay ich muss an mein Radio gehen Oh ein Gratismesser Im Magazin Unter der Küche Das Magazin war der Endbereich Beim vorherigen Spiel Die Nachtschicht Ich sollte mir eine Waffe Vielleicht hier unten In die Leiste packen Ich will mal die Kanäle reinhören Wahrscheinlich auf keinem Kanal Ist was los Okay wo das mal erziehen ist Das weiß ich Ich weiß nicht ob wir Ruhe auf dem Weg haben Hier konnte man eine Zielübung damals machen Ich glaube ich will mein Messer auf der rechten Seite haben Um zum Magazin zu kommen Muss ich nämlich Durch den Untergrund Der anständige Mensch macht hinter sich zu So wenn ich das richtig In Erinnerung habe Genau Hier runter Cool Das ist da Anfängt Wo das Vorherige Aufgehört hat Ich bin hier nicht allein Das habe ich mir schon gedacht Schmeckt mein Messer Sicher ist sicher Oh ich sehe gerade was Mein Gott ich will die Lampe greifen Immer damit rechnen Dass die um die Ecke herum stehen So hier sind wir im Magazin Gebiet Nämlich dort Beim vorherigen Spiel war es gegen Ende eine richtige Schlacht hier Da kamen alle Fraktionen hier zusammen und haben sich richtig bekriecht Jetzt kann man hier einfach reingehen Hallo Hallo Wie komme ich denn von hier aus zum Keller am besten Hm 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 Sollte hallöchen das sind wahrscheinlich die mit denen ich reden will ist der eine bereich immer noch geflutet kann man hier kunden die haben auf jeden fall gut abgesperrt und ich weiß ja ich will zu denen hier hallo warte mal ich gehe ein bisschen näher ran mit so vielen leuten hatte ich nicht gerechnet jetzt im jungen gut der wird mir ein bisschen aufgeregt mama war die anführerin der tower gruppe und die waren richtig aggressiv wie hast du mich gefunden gehört ja alle zum turm mir war ein sehr ekkos former klein der marke der das mann der brett sind betreffend bei der geschichte karl astringen ok warum ein aufstand auch wenn mich der plan interessiert die tauren die store all of its rivals you guys ever made right sounds like they got you drinking the punch too our view from the inside isn't so hopeful tourist mama's got every one of us in her sights no one's safe ever since the reserve was a bust she's been consolidating power building up units of heavily armed elite fighters all loyal to her call themselves eradicators the way we see it the only chance to get to mama is from within and soon we eliminate her the tower can be returned to the people and no less survives so i muss mal eben kurz meinen jacob mal ausrichten was hat man mal vor what was mama scheming something big you thought the war with the reclaimed was a disaster for nola that's nothing compared to what she's prepping for now fortifying the tower into an impenetrable fortress we've been ordered to hoard supplies for months and everyone's on strict rations they've got like three months of fresh water stored up easily probably more i've seen it and these eradicators they're all training like there ain't gonna be no tomorrow they're no joke mama's desperate with the scale of what she's planning no one will be spared this ends with her reigning supreme or us taking the tower down once and for all ok kannst du das denn schaffen do you have the means to pull something like this off we're working towards it yeah but we're limited in our movements have to watch every step we meet here when we can what we lack is a reliable asset on the outside while we set the stage someone who knows the city and has free rain someone who can deliver a counter punch keep mama off balance boy who better than those tourists bumbumbum bumbumbum bumbumbumbumbumbumbumbumbumbuh give sense if they're really all right you've convinced me how can I help the tower as their sights at another radio station in the french corridor where jb used to broadcast we think mama's planning to use the station to flood the airwaves with propaganda Sie ist bereits in der ganzen Stadt mit ihren alten Stadtkontrollen. Sie werden ihre Bewegung auf der Radio-Station. Soon, real soon. Eine Daytime Operation. Wir stoppen Mama von der Radio-Station. Wir verletzten die Sprache ihrer Lies. Und wir geben den Menschen was sie wirklich zu hören. Eine neue Geschichte auf ein alten Klassiker. Hier. Es ist JB's letzte Sermon. Es ist noch nicht veröffentlicht. 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 Es ist eine richtige Feuerwehr. Wir haben noch nie gehört. Wir haben noch nie gehört. Wir brauchen Sie, um die Tower von der Station zu verhören. Und Sie holen JB's letzte Hurra auf den Luft. Propaganda gegen Propaganda? Machen wir Ärger an. Sie kämpfen mit Propaganda mit Propaganda? Ja. Wir können Mama nicht veröffentlichen die Luftwaffe mit Schein. Wir holen die Exile hinter uns. Dann schreien wir. Barnes wird vor uns. Wir sehen, was sie entehrt hat. Sie können über die Station zu verhören. Aber sie kann nicht sehen. Ich werde dir ein Päsent in Bird Lounge. Die Straße von der Station. Oh! Oh! Okay. Und wieder weg und wieder weg. Das ständige Lieferung ist sie scheinbar. Die Tour människor wichtig. Ja, aber es ist da sollte drei Kollegen geben. Du bist lustig. Das kannst du schon von dir machen... Du bist lustig. Ja, Casey, ne? Casey war der Typ, den wir im ersten Teil halt gerettet haben. Kann ich jetzt einfach mit dem Walkie-Talkie kommunizieren? Hallo? Hm, nehmt es einfach mit. Ja, dann wieder zurück zum Bus, ne? Okay, ich habe hier ein paar Kanäle. Irgendwas ist damit wahrscheinlich... Auf 47 kann man abhören, was die machen wollen. Auf 54 will ich drehen. Das drehe ich weg. So, 65. Müssen warten, bis da was reinkommt. Okay, dann machen wir uns noch eben kurz was zu verwampfen. Müssen auch was zu essen halt dabei haben. Ohne Jambalaya. Hm, lecker. Haben wir uns nochmal vollgestopft. Äh, ja, das richtige Losziehen, also in die weite Ferne würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal. Hier seht ihr übrigens, wie ich das Zeug jetzt aufgestapelt habe. Ein paar schöne Erinnerungen. Das sind auch immer schöne Erinnerungen. Und weg damit. Ja, Leute. Äh, zu der Straße gehen wir beim nächsten Mal. Also zu... Ich muss gerade nochmal gucken. Zur Bourbon Street. Okay. V-Taschen haben jetzt recht den Weg. Brauche mehr Haftnotizen. Casey redet natürlich nicht mehr, äh, bei diesen einem Teil da, weil... Ja. Casey ist nicht mehr an seiner Funkstelle. Auf jeden Fall, Leute. Ich hoffe an dieser Stelle, dass euch das Video heute gefallen hat. Wenn ja, dann lasst ein Abo. Und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt, äh, dann noch einen schönen Tag. Ciao. Bis dann. Bis dann.